Jetzt mal schnell nachschauen, wie das letzte Video angekommen ist. Es kann doch nicht so schwer sein, einmal in die Trends zu kommen. Hey, hallo, was ist? Ach, ich habe gerade nachgeschaut, wie das letzte Video angekommen ist, und es ist wieder mal, wie jedes Video von mir, nicht in die Trends. Glaub mir, da willst du gar nicht rein. Wieso nicht, da bekommt man doch mega viele Aufrufe. Hast du dir die Trends mal angesehen? Schon länger nicht. Und das ist doch gut, da ist doch nur Müll drin. Ach, das kann doch nicht so schlimm sein. Bachelor 2021, das Ekelfinale. Ja, okay, ein bisschen was vom Fernsehen ist immer drin, anders sollte man sich nicht wirklich halten. Ist Marin schon wieder schwanger? 16.03.2021, Delimant. Ja, es gibt sicher auch Leute, die sowas interessant finden. Genius Prank, he was soaking. Ja, das sind wieder mal die Amerikaner, die haben sowieso immer neue Trends. Bibi oder Julian, ich muss mich entscheiden. Mui, Fuchs. Ähm, ja, es kann nicht sein, dass es irgendeine tiefgründigere Bedeutung hat, man kann es am Titel ja nie wissen. Die Eklicksten Klopapierspiele aller Zeiten mit Joey's Jungle. Naja, Kinder sind, schauen sich vielleicht sowas auch an. I cook the chicken by slapping it. Mhm. Mhm. ensa NORRIS Hein, wenn Sie mit wee báschen? Mhm. Nu.